hallo ich bin niklas winter ich komme aus der klasse 7c hallo ich bin so viele mörder ich bin aus dem jahrgang hallo ich bin morgen levy und ich komme aus der sechsten wir möchten euch jetzt unsere schule vorstellen wir zeigen euch jetzt die mensa unserer schule das ist da wo ihr in den mittagspausen essen kaufen könnt wie in allen teilen des schulgebäudes auch ist hier bei mensa kann man nicht nur klares essen kaufen sondern auch verschiedene snacks für den mittagspausen jetzt schauen wir uns an was ich meine klasse gemacht meine klasse hat lernbüro ist also da und die hausaufgaben in der schule zu machen so nun gehen wir in meine klasse die 7c und gucken mal was sie sofort passiert ja das ist meine klasse wir haben gerade englisch und arbeiten sogar mit alfredson hier ist das e gebäude hier sind die fünften klassen meine klasse hat gerade klassenrat in der klassenrat stunde da besprechen wir verschiedene themen die uns am herzen legen und gucken auch was wir wünschen verschiedene leute in der klasse haben es gibt auch WP WP steht für wahlpflicht zum wählen gibt es französisch arbeitslehre naturwissenschaften dg steht für darstellen und gestalten hier ist man richtig wenn man kunst sport und musik mag und gerne auf der bühne steht wir haben hier auch sehr coole events wie zum beispiel hatten wir vor ein paar tagen uns ein handballspiel zwischen den lehren und den zählern angeguckt leider konnten wir uns das nicht persönlich angucken wegen corona deshalb haben wir uns das über ein leistung angeguckt wie ihr seht sind wir eine sehr tolle schule und auch zudem sehr mit ihr ihr könnt euch hier vom 14 bis zum 18 2 anmelden wir freuen uns auf euch tschüss bis sie und Vielen Dank.